Ja und damit herzlich willkommen zu einem neuen Stadion-Blog auf meinem Kanal. Endlich ist es mal wieder soweit, heute sind wir wieder im KSC-Stein und KSC vs. St. Haugen. Falls ihr dieser Stein-Blog fällt, lasst den Leit im Karo, da würde ich mich sehr sehr freuen. Wir sind ein bisschen spät dran, wir sind jetzt im Stadion. Entschuldigung für die eiligen Worte, aber wir sind heute das allererste Mal auf der Nord-Tribüne, neben dem Gäste-Blog und in etwas über 10 Minuten beginnt das Spiel. Wir sind also ein bisschen arg spät dran. Und ja, bis gleich. Der Sitzplatz checkt das erste Mal auf der Nord-Tribüne mit einer tollen Choreo in Leipzig. Und in ein paar Minuten beginnt das Spiel. 3-10! 5-30! Magnus! 1-10! Und der Käpt'n bringt die Witten Nr. 8! Cheon! Von Gaon! Das ist unsere Nummer 10! Murphy! Von Ziel! Und unsere Nummer 11! Chion! Ratt! Scheu! Und unsere Nummer 40! Mickey! Von Gaon! Und unsere Nummer 60, Zinni, das ist unsere Nummer 21, Melko, unsere 22, Christoph, unsere Nummer 24, Fabian, und die 28, Wilson, und jetzt unsere Nummer 38, Zinni, Oh, wir kommen! Super-Kreis-Sefens! Danke! Bitte! Es ist noch immer noch recht ne Idee, der Anpfiff hat sich jetzt um 15 Minuten verzögert, weil die Kreis-Sefens Büro und Feuerwerkstorfer gezündet haben. Das Spiel läuft in der Stimmung da drüben, aber man hat hier auch eine super Blick von der Nordtribüne, kann ich auf jeden Fall jedem Einzelnen da empfehlen. Und, ja! KSC kam gerade erstes mal annähern beim Pferdchen, die Hälfte von St. Pauli. Aber die ersten vier Minuten sind von St. Pauli ganz klar. Es wäre so wichtig für den KC nach sechs Niederlagen, die auch noch inklusive vom KC gegen St. Pauli, dass sie jetzt eine Reaktion zeigen, und hier den Sieg holen. Mega schon St. Pauli! Ich hab den drin gesehen. Lappenschuss, ich hab's relativ auf Kamacher, weil es zuerst relativ ungefährlich aussah, aber es gibt jetzt Neckwald. Wirklich Wolle an die Land- und Gersberg musste ihn dann aus Raustisch und kann nur noch direkt erklären, wie geht's jetzt für St. Pauli. Wirklich Wolle an die Land- und Gersberg. Wirklich Wolle an die Land- und Gersberg. Wirklich Wolle an die Land- und Gersberg. Die Landesbetrotlzen von 12. Man wird schon getummelt am Schraub vom nächsten Eck für St. Pauli. Und ich muss das leider so hart sagen, es liegt das einzelne vor die Integration fast schon in der Luft. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber jetzt schon die zweite Ecke innerhalb zwei, drei Minuten vor St. Pauli. Wirklich, die beste Fans sind auch sehr sehr laut hier. Das Ding versteht man nicht so viel. Ich habe jetzt mal gut geblockt. Ein paar C-Fans, die warten man leider hier, tut mir nicht so gut. Ich hatte vorhin eine tolle Choreo, die ich auch als Fan-Gel für diesen Block verwenden werde. Aber ansonsten kommt bisher nicht so viel. Heidenheim Regensburg schlägt schon 1 zu 1. Nach guten 25 Minuten. Ein schrecklicher Film, fast von alles ganz alt. Ich muss sagen, St. Pauli nützt sowas von aber auch aus. Wer hat das Ding geschottet aus? Ich habe das Ding geschockt. Immer ein Einwurf. Cfc-Fans machen jetzt auch mehr Stimmung. Aber viel nach vorne geht nicht beim CFC. Die haben jetzt auch freundlich durch. Trittides in der Stadtausstellung für Jung. Mikkel-Kaufland in der Stadtausstellung für Badmatt. Finde ich auch mal gut, dass er Kaufmann spielen lässt. Schleusener! 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 Neuer Spielstand im BB-Wand-K repaarer ist sie! 3-0! Schleusener! 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 In die Tribüne rein! Abschuss! Oh, man sieht die 14 Minuten gespielt. 2-0, Ponytech! 2-0, das ist Kaufmann war recht. Kaufmann war recht. Schleuder verpackt damit die Ponytech. Schleuder, bitte! Mach das, meine Team ist fertig. Das müsst ihr nicht machen. Mann, glaubst du weiter, wieder nicht aus Kameraden? Ich hoffe, es ist euch egal. Wenn ihr die Vorredi-Fischhaus immer macht. Schleuder, mit der Nummer 10, Ponytech! 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 Neuer Spielstand im WB-Wand-Württemberg. 2-0, Ponytech! 2-0, Ponytech! Also, wenn ihr die Dosen nochmal sehen wollt, weil ich es jetzt leider nicht auf Kamera hab, weil ich so hektisch versuche, die Kamera anzumachen, dann schaut sie euch gerne nochmal die zusammenfassen auf YouTube auf. 2-0, Ponytech! Komm, komm! Lauf! Oh! Jawoll! Wundaufmann! Oh! Wundervoll! Glück gehabt! Wundervoll! So, Ponytech! Wundervoll! Wir haben hier immer wieder gescheitert, aber jetzt konsuliert KSC das Spiel weitersgehend. Oder hat es zumindest einigermaßen. Oh, jawoll! Ja, schön, Gersberg! Morgen werde ich wahrscheinlich noch heißere Stimme haben, aber das ist mir egal. 1, 2, so schnell kann es gehen. Anschluss, Treffer. Oder bitte ich jetzt abgiffen? Ne, wurde abgiffen. Alles klar, aber blick für den Haarste. Schau jetzt mal auf das Studio. Es bleibt dann die 23. Minute. Ja, 10, jetzt also noch 23. Minute. 1, 2, so ein Paar, jetzt kommen sie wieder ran. Die Nummer 10. Aber hat es auch wieder ewig frisch, wie du was gemacht hast. Ja! 3, 1! 3, 1, zu tief, dann habe ich es auf Kameraschleise nach Doppelpack. Ja! 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 Ganz wichtig! Alter, zwei Tore habt ihr schon wieder hier angestellt. Wichtig und richtig. Für den Klas. Jawohl! Boah! Schmeid rein! Schmeid rein! Erneuter Anschluss für St. Paul. Alter, schön, wie viel zu lernen. 35. Minute, schon fünf Tore. Ach, die Heiligen! Oh, ich habe es jetzt mal wieder auf Kameraschleise. Ich habe gesagt, es seien jetzt nur mindestens zwei Tore. Leider ein, der Punkt für St. Pauli. Ja! Oh! Oh Gott! Oh! Meine Güte, es geht hin und her. Mit Spannung ist es natürlich very, very good. Aber... Aber... Oh! Ich muss Zitat vor Aufliegen. Fangen wir jetzt an. Ja! Juhu! Oh! Ich muss sagen, kaum gehen. Nein! Nein! 3 zu 3, das gibt es jetzt auch noch gar nichts. 3 zu 3, mein Gott. Ach, du heilige Schein. Für diesen Ausdruck, für den sie schon recht weiß. Aber, Alter, so ein Wechsel war der Gefühle. 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 Komm! Ja! Oh! Gut! Offiziell ist es eine Minute. Zur Halbzeit im Wildfachstand in 3 zu 3, das ist ein Wechsel. Wartet es gut. Gut! Und die Frauen und die Fans machen uns nicht. Aber auch hier haben wir die Fans. Wir melden uns dann in der zweiten Halbzeit. Halbzeit für die Fans. Gut, das war auch sehr spannend. Wir spielen Vorschance. Leider ist dann kaum ein bisschen besser am Spiel. Anschluss zur Halbzeit. Schön. Jetzt kommt runter. Komm auf von die Zelt. Komm auf von die Zelt. Für Breitauf kam jetzt zur zweiten Hälfte. Und dann sehen wir das halt auch. Vollkommen zu Katar. Schreibt auf Platz und habt gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich weiß nicht, ob man mich jetzt so gut versteht. Oh! Ja! Raus! Raus! Na! Ja! Wir können Kaufmann! Ja! Wir können Kaufmann! Komm zur Halbzeit! 4 zu 2 für Karlsson Mikkel Kaufmann zu vor Abschluss. Und für mich ist das Mikkel, ohne Worte, ohne Worte. Ich freue mich sehr, sehr mit dem Kaufmann. Tor für die KSC, der schützt unser Spieler mit der Nummer 40, Mikkel. Kaufmann, Kaufmann. Kaufmann, Kaufmann, KSC, St. Pauli, Null, Liebe. Schön, schon geklärt. Ich bin jetzt auf der KSC, der kenne KSC, der kenne KSC, der kenne KSC. Ich bin jetzt auf der KSC. Ja! Ah! Komm, macht der noch? Ja! Schade! Oooooohhhhhh Eckeball Ecke... Oooooohhhhhh Passte 4-4 Oooooohhhhhh Alter Voll krassler Oh Gott, das hoffen Abschlag kommt erst weg und dann wird es fast wieder ausgenutzt worden Und weg Oooooohhh Nein, gar nichts, gar nichts Jawoll Gar nichts Mal gespielt Alles sauber 4-4 Ja 61. Minute 4-4 Oooooohhh Alter Lanz Oooooohhh Aaaaah Wichtig Komm jetzt Ein Oooo Oooooohh Ausbritzt, der war gefährlich. 68 Minuten, knapp 20 Minuten zu spüren. Ecke. Ausbritzt, 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 ausbritzt. Ausbritzt, ausbritzt. Ausbritzt, ausbritzt, ausbritzt. Komm, jetzt aber! Ja, ist gut! So, Spiel ist vorbei, 4 zu 4. Wenn ich dann wieder zuhause bin, dann mach ich nochmal eine kleine Analyse. Aber ich glaube, der Vlog sieht schon ziemlich lang.